Jeder Schatten eine Bombe ist sogar um uns beschuldigt er mit dem Feind zu kollaborieren. Ich bin sicher, alles wird wieder normal, wenn uns Nachrichten aus der Helmet erreichen. Der Dschungel macht einen Taub mit seinen Gespenstern. Dein Sohn, obergefreiter Mori. Ach, wir haben sogar noch schon einen. Ach ne, das war der, ok. Jo, krass. Was haben wir hier noch? Jetzt haben wir eine Speicherkarte. Dann haben wir hier noch ein Relikt. Haben wir hier noch das da. Wildschwein. Ajo. Sieht ja sowas gut aus. Ok, das haben wir auch. Jetzt müssen wir hier wieder raus. Krass. Echt geil gemacht. Also ich finde, hier könnten wir noch ein paar Ätterns dazu stopfen. Boah. So, ähm, wir müssen da unten. Da runter, genau. Das heißt, wir gehen mal hier hoch. Gucken mal. Dass wir mal irgendwie auf die Straße da hochkommen. Dann laufen wir dort mal hoch. Das wird da am sichersten sein. Achja, hier haben wir ja schon die Straße. Dann müssen wir... Wop, da. Ist hier ein Auto? Nope. Jo, dann rennen wir mal. Warte, da ist der Funkmast. Bunte Vögel. Schweinchen Dick. Ist hier was? Tatsache gibt's was. Mund. Und Smartphone. Boah, sonst gibt's hier nichts. Kann man den jetzt reparieren in dem Fall? Na, das mal raus. Äh. Ne. Das bringt wohl nichts. Okay, dann laufen wir. Da runter. So. So. Wer kommt? Jura. Du, das wär nicht. Entsteigen. Und wir müssen... Ich kann mir das echt nicht merken. Wo muss ich denn da lang? Wo muss ich denn da lang? Äh. Da bin ich sogar schon gar nicht mal so schlecht. Da lang. Ja. Hier haben wir die nächste Kiste. Wunderbar. Aber hier ist eine Höhle. Da gehen wir mal gerade durch. Damit wir wissen, dass hier nichts ist. Nix. Aha. Seh ich doch hier. Da haben wir doch was Großes gefunden. Hoch da. Jason. Und Geld mitnehmen. Ach ja. Komm. Wunderbar. Auch noch die Kiste. Seltene Hunde mag. Hast du... Hast du gemacht? Irgendwas versucht und ich weiß nicht genau was. Aber gut, das haben wir jetzt alles gefunden. Ach, das war sogar beides. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt dorthin. Jo, machen wir das. Klick. Nehmen wir mal den Wagen mit. Hier gibt es so viele Pflanzen. Und ich die alle sammeln würde. Dann wäre ich morgen mal nicht fertig. Hört sich ja fast an wie es sieht. Was da läuft. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder in der Höhle. Die hier ohne Licht. Irgendwo hier ohne drunter. Das heißt, hier ist irgendwo ein Eingang in eine Höhle. Da drüben wäre aber kein Weg mehr ran. Das wäre jetzt scheiße, wenn das Ding ohneirdisch wäre. Wo sind die liegen die hier? Ne, 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 ne. Schau mal, hier drüber. Sieht doch so aus, es gibt hier was. Eingangmäßiges. Ja, oder auch nicht. Das gibt es da jetzt wieder nicht. Das finde ich da jetzt zurück wieder nicht. Warum sind die hier unten? Ähm. Ne, warte mal. Wir laufen nochmal nach da drüben und gehen da noch, weil ich auch immer so gut laufen kann. Wir laufen nochmal in die Höhle rein. Ich wette nämlich, dass wenn wir in die Höhle reingehen, wir noch ohne es raus kämen. Ich könnte allerdings auch sagen, dass es hier ist. Ah, da ist es doch. Seerose, kann man hier auch sagen. Tatsache. Okay. Was ist denn hier für geile Höhlen? Oh, ich brauche hier auch nicht mehr eigentlich. Aber ich nehme die mir gerne alle mal mit. Okay. Reinschnuppern. Äh, was haben wir denn? Genau. Wir tun alle Blätter mal raus. Also die Blätter, die kriegen wir ja meist überall. Da müssen wir immer nur ein bisschen mal rumfahren. So. Und so. Und so. Und so. Wunderbar. So läuft das. Aber das war es da wohl jetzt schon. Ja, Tatsache. Okay. Okay. Dann laufen wir jetzt da runter und machen noch die... Jo, sollte noch hinkommen. Aber wo geht es denn da hinten noch hin? Sieht so aus, als gäbe es da hinten nämlich noch was. Also hier gibt es jetzt mal nichts, aber... Was gibt es denn da hinten noch? Interessiert mich jetzt. Oder wir kommen einfach nur da drüben raus. Und dann ist es eigentlich auch egal. Hm. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist das denn jetzt? Und dann bleibst du nicht an, du blöde Lampe. Ja. 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 Okay. Da sind wir jetzt wieder hier draus, ne? Das ist auch gut. Jetzt müssen wir auf Alligatoren aufpassen. Schnell mal raus. Und mal nach hier oben. Äh. Nehmen wir uns nicht den Wagen, sondern laufen da mal schnell rüber. Und gehen eine Runde jagen. Ja. Vor allem. Ja. 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 Ich finde die Textur an sich schon ein bisschen besser als im Fragwell 2. Ja. 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 Ich schließe mich mal das Spiel wieder gerade. Porechips. Okay. Also ich geh jetzt mal langsam davon aus, dass das eigentlich sinnlos ist die sich alle hier zu holen in die Kisten, weil die wiederkommen. Aber da wir das hier gerade so machen sind wir scheiße reich. so war da noch einer ich hab doch das gesehen hier hinter wahrscheinlich oder auch nicht was? schildkröte hier oben? nee ist irgendwo noch Geld? hier drin? hier druf? auch nicht na gut dann halt nicht aber man kann mal hier Kopfgeld das... wie joh, das läuft dann wohl, man, ne? oh ja Bist sicher. Chill mal. Okay, wir müssen... ...dor drüben hin. Und wir haben kein Auto. Bist sicher. Dann laufen wir. Bäh! Ist ein bisschen beschlagen das Ding. Ah, ja, gut. Ich soll schon mal was reichen. Ich könnte mir auch die bessere Version da drauf kleben, aber die ist ja noch besser. Da gibt es ja noch eine. Obwohl nicht, für das Gewehr gibt es das nicht. Schade. So, ein bisschen da lang. Was geht mit dir hier? Oi. Was schließt du hier so? Ist auch gar nichts. Hm. Nein, wir müssen noch ein Stück. Und wir müssen nicht über die Brücke. Aber trotzdem wäre ein Auto geil. Das wäre jetzt gar nicht mal so scheiße. Hm. Das ist schon ein Stück Weges. Weil ja, der kriegt ja Jason hier rein. Und er überventiliert ja gleich. Oh man. Wie fahren wir denn kein Auto hoch? Ich bin mir nicht sicher. Da drüben waren wir überall. Hier waren wir drin. Da waren wir glaube ich auch. Hier gibt es zu viel. Eindeutig. Warum sind die denn da drüben? Und wie ist es die Mission da drüben? Das ist noch zu weit weg. Wir laufen immer wach. Und halt's Maul. Und? 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 Und hier... Na ja, messern wir die halt genauso. Das wäre auch die Mission gewesen. Dann sollen wir wieder so weit alles ein... Oder weiter. Ist eine Kiste drin. Sehr gut. Hier drüben ist auch noch mal eine Kiste. Hier drüben ist auch noch mal eine Kiste. Sehr gut. Ich hab Waffen. Kein Grund zur Sorge. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Dann laufen wir. Fahren, besser gesagt. Wenn ich nur wüsste, wo wir die Sachen jetzt hier kriegen, wo die beiden Beutekisten sind. Aber Wurst. Wir gehen jetzt nach Amanaki und dort mache ich einen Cut. Dann passt die Sache. Genau. So machen wir das. Schön hier. Einfach hoch. Kurve. Einfach schön. Wunderschön. 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 Was soll man denn jagen? Wunderschön. 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 Das ist gut. Wunderschön. Wunderschön. Juhu, das wird noch lockerer kommen. Einfach laufen. Ach komm. Ich geh jetzt nicht gerade mal zur Pistole, weil die ist mir lieber, sonst ich das jetzt mal kurz wegschmeißen. Übrigens wo? Wo ist das? Da drüben, ok. Jo, das haben wir gleich. Wir haben hier noch solche... Ähm... Haben wir das 7? Verdammt nein, das wollte ich gar nicht. Die andere wollte ich, genau. Jagdinstinkt. Ah, da haben wir sie doch. Achtung. Ui, jo, den Bär in Hammer. Der andere Bär müsste dahinten irgendwo sein. Laufen wir gleich mal durch, solange wir ihn noch ungefähr im Blick haben. Ah, wunderbar. Wow. Puh, das war knapp. Mann, Mann, die sind hart. So, dann halten wir den nämlich auch gerade mal nach. Ekelhaft. So, dann haben wir das jetzt auch noch gemacht. Also gehen wir endlich nach Amenaki. Und dann verzwitcher ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und... Ich denke mal, das müssen wir jetzt nicht mehr sehen. Wie ich da hinfahre, wir sehen uns nächstes Mal in Amenaki wieder. Ich bin auch defekter. Das war VQ3. Bis dann. Ciao.